ProLight & Sound 2023, ich bin hier am Stand von ETC und neben mir steht der Matthias. Und Matthias, du hast uns eine richtig coole App mitgebracht und die zeigst du uns heute mal. Ja, richtig. Genau, wir haben die Augmented Scanner App. Viele Leute, die im 3D-Raum arbeiten, in einem Visualizer oder eben bei uns in Augmented, haben ja das Problem, dass sie irgendwie diesen 3D-Raum in das Augmented oder in den Visualizer reinbringen müssen. Und normalerweise ist das immer ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Ich stehe irgendwie da mit einem Lasermeter, ich stehe mit einem Maßstab da und muss das irgendwie messen. Und wir haben eine App, die das für euch macht. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, weil du hast es uns auch mitgebracht. Wir kommen einmal mit der Kamera so ein bisschen ran und wir haben hier vor uns einen Raum, ne? Genau, richtig. Wir haben hier so einen kleinen Demo-Raum und den können wir jetzt hier sehr einfach mit dem iPad scannen. Also wir können uns hier Messpunkte setzen und ihr seht schon, wenn wir zwei Messpunkte haben, misst ihr die Distanz zwischen diesen beiden Punkten. Wir können uns auch hier verschiedene Objekte einfügen, wir können uns hier eine Tür einfügen. Wir können zum Beispiel sagen, hier nach hinten geht noch ein Gang. Wir können die Türhöhe setzen, wir können uns Ecken in den Raum einfügen. Und ihr seht auch schon, ihr erkennt sehr, sehr gut die Wand hier drüben. Ihr erkennt automatisch die Ecken und das hilft mir halt wirklich sehr schnell dann, diesen Raum im Dreidimensionalen nachzubauen. Hier beispielsweise dieses Fenster. Ich kann die Unterkante des Fensters festlegen, die Oberkante. Das sieht alles wirklich sehr, sehr einfach aus, wie du das wirklich machst. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr nutzerfreundlich. Ja, genau. Also hier einfach nur diese Bühnenkante hier drüben setzen. Wir können auch sagen, wir haben einen Bereich, wo eben keine Wand ist. Das machen wir hier jetzt, gehen hier rüber. Und das wird dann später als eine Fläche ohne Wand eingefügt, aber wir haben hier eben noch ein Bühnenpodest. Wir können auch einfache Kreise bauen. Dafür brauchen wir nur drei Punkte. Den Anfangspunkt, irgendeinen anderen Punkt auf dem Kreis und einen Endpunkt. Und schon werden alle Punkte dazwischen berechnet. Und wenn wir das Ganze jetzt quasi abgeschlossen haben, den Raum, dann sieht man am Ende? Genau, am Ende sieht man dann den Raum. Wir sagen jetzt hier die Deckenhöhe festlegen, Bild 3D und schon haben wir unseren dreidimensionalen Raum. Und das war's. Mehr müssen wir nicht machen. Wir können uns die Datei dann direkt abspeichern. Wir können uns die schicken, airdroppen, per E-Mail schicken oder wir sagen Upload. Und dann verbinden wir uns mit unserer Lichtkonsole hier drüben. Wir haben jetzt eine EOS-Konsole da mit einem Nomad, sagen Upload und schon ist der Pfeil hier drüben. Und wir können ihn mit Drag & Drop in unsere Szene einfügen und uns anschauen, damit weiterarbeiten, unsere Scheinwerfer platzieren. Und das ist wirklich wahnsinnig schnell und innovativ, würde ich sagen. Ich glaube auch. Also ich glaube, so schnell hat man eine Venue noch nie eingescannt bekommen. Und finde ich eine super Lösung. Und wenn ihr da weitere Informationen haben wollt, zu dieser Lösung gerne bei der ETC-Webseite vorbeischauen. Und da findet ihr weitere Informationen dazu. Vielen Dank.